Überall verteilt. Jetzt einfach nur mal gerade rausgucken. Ne, du musst auch nicht runtergucken. Einfach nach hinten gucken. Die Lampe und alles, weil du in der Ferne siehst. Oder hier auch immer. Du musst nicht fallen, da können die Tür werden. Ja. Ist doch kauf. Die Ringtüche. Ja, etwas. Gerade im Dunkeln siehst du gar nicht. Du siehst nur die ganzen Lampe dahinten in der Ferne. Sollst du nicht gerade sehen? Nein. Aber wir sehen schon ab und aus der Scheiße. Wir sehen es ganz schön schon. Schlimmer ist, wir bleiben gestanden. Schön, Foto. Mach Foto. Ich habe Foto-Handy. Foto mit dem. Foto mit allem. Ja. Geht bitte mal ein bisschen. Ja, ne? Mach gute Fotos hier. Ja. Ja. Soll ich wieder wegpacken.